Heute bauen wir einen interaktiven Emoji. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute bauen wir mal etwas total Dummes und absolut Sinnfreies. Aber es ist wirklich witzig und vielleicht kann man es hier irgendwo doch ziemlich mal verwenden. Und zwar werden wir heute einen interaktiven SVG-Emoji bauen. Das Ganze ist ziemlich witzig eigentlich, nicht wirklich schwer und bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten. Deswegen schaut auf jeden Fall mal, was ihr damit machen könnt und verlinkt es doch einfach mal unten in der Videobeschreibung, also in den Kommentaren. Ansonsten, wenn ihr Fragen Probleme habt oder so, unten in der Videobeschreibung ganz oben findet ihr einen Link zu Discord, wie immer. Schaut vorbei, sagt der Community Hallo, stellt eure Fragen oder helft anderen. Aber jetzt wollen wir nicht mehr Zeit verlieren und endlich unseren Emoji bauen. Deswegen legen wir los und auf geht's! So und los geht's mit dem heutigen Video. Als erstes einmal kurz, was kommt am Ende eigentlich raus, nämlich das hier. Ein kleiner, ziemlich traurig, reinblickender Emoji. Wenn ich hier in die Nähe komme, dann fängt er sich an zu freuen und kriegt so ein Panikgesicht. Dabei verfolgen die Augen ihm, also die Maus so ein bisschen und auch er selbst bewegt sich so ein bisschen in die Richtung der Maus. Das Ganze ist, wie gesagt, relativ sinnlos, sag ich mal, aber es bietet eine Menge Möglichkeiten, neue Features zu lernen und vor allem einfach ein bisschen Spaß mit JavaScript zu haben. Natürlich könnt ihr das Ganze unendlich anpassen, was heißt, wenn ihr noch viel mehr Elemente da reinbauen wollt, Ihr könnt das relativ leicht erweitern und ich werde euch gleich auch die Wege dazu zeigen. Aber als erstes, wie sieht unsere Entwicklungsumgebung aus? Damit machen wir jetzt weiter. So mal einen kurzen Überblick über dem, mit was wir eigentlich arbeiten. Wie immer existiert meine Standard-Entwicklungsumgebung. Unten in der Videobeschreibung ist alles verlinkt. Dort findet ihr auch einen Link zu CodePen, wo ihr im Prinzip das Ganze live sehen könnt. Grundsätzlich haben wir nicht sonderlich viel. Wir haben hier unsere drei Standard-Dateien. Was heißt, wir haben eine Index-HTML, in der habe ich einen Wrapper, der dient eigentlich nur dazu, den Emoji in der Mitte zu positionieren. Dann habe ich hier unseren Emoji, das ist eine riesengroße SVG-Datei, wo ich im Vorfeld schon ein paar Sachen benannt habe. Was heißt zum Beispiel, hier unten habe ich gesagt, das ist ein Drop, das ist I left, I left, I right und der Hintergrund von den beiden Augen, der Mund, wenn er glücklich ist, der Mund, wenn er traurig ist und so weiter. Was heißt, ich habe hier im Vorfeld einfach die Elemente schon benannt, sonst aber nicht wirklich viel gemacht. Was heißt, wir haben hier oben eine ID-Emoji, die werden wir gleich öfter mal benutzen. Aber hier drin zusätzlich schreiben werden wir eigentlich nicht. Das ist, wie gesagt, einfach eine SVG-Datei, die so aus Illustrator stammt. Unsere Function JS ist aktuell noch komplett leer, da werden wir gleich eine ganze Menge reinschreiben. Und unsere Main-Sass habe ich hier oben wie an meinen Standard-Part reingeschrieben, dass alles so aussieht, wie es aussieht. Dann habe ich mit dem Wrapper, wie gesagt, alles zentriert. Und hier unten gesagt, okay, wir haben hier in unserer SVG-Datei ein paar Farben, die habe ich vergeben. Ich habe hier unten aber auch zusätzlich noch gesagt, okay, ein paar Elemente sind ja aktuell nicht zu sehen. Hier haben Opacity 0, wie zum Beispiel die runden Augen oder den glücklichen Mund oder diesen Wassertropfen hier oben. Auch habe ich gesagt, dass die Augen so ein bisschen runter gucken. Das ist einfach, damit die nicht hier in der Mitte liegen, sondern schön hier unten. Und der Wassertropfen guckt auch so ein bisschen runter. Das heißt, hier habe ich eigentlich nur ein bisschen die SVG-Datei verändert, aber auch nicht sonderlich was Relevantes für dieses Video. Okay, was machen wir jetzt als erstes? Als erstes importieren wir einen alten Bekannten und zwar... Ups, das war... So, was machen wir jetzt als erstes? Und zwar als erstes importieren wir einen alten Bekannten von uns und zwar AnimeJazz. Das Ganze habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Wer sich damit nicht auskennt, kann das einfach sich selbst mal ansehen. Das nächste, was wir machen, wir brauchen ein paar Elemente. Das heißt, wir brauchen einmal Emoji, I left, I right und das Ganze habe ich über die IDs einfach definiert. Das heißt, wir gehen hier in unsere ID und sagen, okay, ID Emoji, du bist jetzt unter dieser Variable zu finden. Das nächste, was wir brauchen, ist ein bisschen was anderes und zwar sagen wir, wir brauchen die DOM-Koordinaten unseres Emojis. Das geht ziemlich simpel und zwar sagen wir Emoji, Punkt. Und jetzt können wir natürlich sagen, sowas wie, wir nehmen das Element und bla bla bla, aber wir haben auch eine Funktion nutzen, die standardmäßig existiert. Und zwar können wir sagen, get und dann bounding rectangle. Was heißt, gebe uns einfach das komplette Viereck, was um unseren Emoji drum liegt. Was heißt, hier hinter DOM-Emoji verstecken sich jetzt im Prinzip die Position von bottom, top, left, right und die Weite und Höhe des Objektes. Außerdem brauchen wir eine weitere Variable und zwar eine Box. Was bedeutet diese Box? Wir wollen ja später nicht nur reagieren, wenn wir in dem Emoji drin sind, sondern wir wollen schon reagieren, wenn wir in der Nähe sind. Das heißt, wir müssen einen virtuellen Bereich um unseren Emoji zeichnen und der Abstand hierzu sind die 200 Pixel bzw. wird später die Variable Box. Das nächste ist, um diese Box wirklich zu zeichnen, wir haben ja hier oben unsere DOM-Koordinaten, die liegen aber wirklich genau hier an, das begrenzt genau das SVG, wollen wir eine virtuelle Box haben. Und hierzu zeichne ich mir jetzt ein Objekt, nämlich einfach Emoji Positioning oder Emoji Posts nennen wir es. Und hier habe ich jetzt einfach Werte drin und zwar einmal bottom, dann habe ich hier left, dann habe ich hier right und ganz unten top. Und wie können wir das Ganze jetzt machen? Wir nehmen hier einfach DOM, sagen DOM.bottom und sagen bottom kriegt plus die Box dazu gerechnet. left, sagen wir ebenfalls, Punkt left, left kriegt jedoch minus die Box, weil left im Prinzip ja hier die Grenze zeichnen muss und hier hört left auf, das heißt, das rechnen wir minus. Dann das nächste ist DOM.right, right kriegt plus die Box und top kriegt ebenfalls minus die Box, aber hier habe ich natürlich top vergessen. Top, so, wir können uns das Ganze jetzt auch einfach mal zeichnen, was heißt, wir sagen jetzt console.log und das Ganze sagen wir jetzt, okay, zeichne uns mal Position Emoji und zeichne uns hier drüber auch mal das DOM-Element. Das Ganze ziehe ich mir jetzt mal der Konsole hier mal eben rein und wir sehen jetzt hier, weil ich das ein bisschen größer mache, wir haben jetzt hier 537 und bei unserer zweiten, also unserer virtuellen, haben wir 737. Was heißt, wir haben jetzt hier einfach mehr Elemente, das funktioniert schon mal ganz gut. Das nächste, was wir brauchen ist, wir müssen reagieren, wenn sich unsere Maus bewegt, deswegen sagen wir document.eventlistener onMouseMove. Das heißt, immer wenn sich unsere Maus bewegt, soll eine Function gestartet werden mit einem Event, dieses Event soll später getriggert werden und wir machen jetzt hier drin einfach zwei Variable, nämlich einmal MausX, das ist einfach unser Event und dann PageX, also die Maus-Position auf der Seite. Console und dann MausY gleich EventPageY. Was heißt, wir haben jetzt einfach unsere beiden Maus-Positionen und was wir jetzt machen müssen, ist entscheiden, ist unsere Maus in der virtuellen Box oder nicht. Das können wir ganz einfach, wir sagen eine if-else-Funktion bzw. Schleife, ne Schleife ist ja gar nicht eine Weiche und hier drin müssen wir jetzt etwas machen, das ist jetzt nicht die schönste Methode, aber es ist die leichteste und zwar sagen wir MausX größer gleich und dann haben wir hier Emoji Position und sagen Left, was heißt, ist Maus gerade größer als Left, dann ist es auf jeden Fall drin und ist Maus X kleiner gleich Top, ne stimmt gar nicht, ist MausX, äh das ist größer, kleiner gleich Emoji, ups, right, so, so ist richtig. Was heißt, wir kontrollieren jetzt ist MausX hier drüben, also kleiner als unsere Left-Grenze und größer als unsere Right-Grenze. Das ist im Prinzip das, was wir gerade kontrollieren und damit können wir jetzt arbeiten. Das Ganze kopieren wir uns jetzt und machen das hier drunter nochmal, allerdings für MausY, nochmal MausY und sagen hier Top und sagen hier Bottom und diese beiden Zeichen brauchen wir nicht mehr. Und hier können wir jetzt sagen Console.Log Enter, Console.Log Leave. So, wenn ich jetzt das Ganze speichere, haben wir hier unsere Koordinaten, wenn ich jetzt hier drunter bin, sehen wir es ist Leave, es ist nicht drin. Wenn ich jetzt hochgehe, sehen wir es ist Enter, wenn ich hier rübergehe, bin ich immer noch im Enter, bis ich irgendwann im Leave bin. Wenn ich hier bin und auf der anderen Seite rausgehe, kommt auch irgendwann Leave und wenn ich nach oben rausgehe, haben wir auch irgendwann Leave. Was heißt, ich kann ziemlich genau sagen, wann ich in unserem Element bin. Das funktioniert also schon mal super. Wir wollen jetzt, wenn ich hier reingehe, erstmal diesen Wassertropfen einblenden. Dieser Wassertropfen, den einzublenden, ist nicht wirklich schwer. Hierzu nutzen wir, wie gesagt, einfach unsere Anime-Funktion. Und zwar sagen wir Anime, geschweifte Klammern auf und sagen jetzt hier drin Targets, zack und sagen hier Punkt Drops. Was heißt, oder Drop habe ich den, glaube ich, genannt. So, das nächste, was wir sagen, wir sagen Opacity, setzen wir auf 1 und wir sagen Duration auf, keine Ahnung, was sagen wir hier, 300 Millisekunden. Das Ganze speichere ich jetzt mal ab und wenn ich jetzt hier reingehe, blendet der Tropfen ein, allerdings noch zu hoch. Deswegen sagen wir hier oben auch noch Translate Y und sagen jetzt hier 0 Pixel. Zack, so, das speichern wir jetzt ab und wenn ich jetzt hier reingehe, dann ist unser Punkt richtig gesetzt. Allerdings verschwindet der nicht wieder. Deswegen müssen wir das direkt negieren und sagen jetzt hier, okay, wir machen den ganzen wieder unsichtbar. Zack und in dem Moment, wo ich jetzt hier reingehe, zeigt der Ahnung, wenn ich rausgehe, ist er weg. Was heißt, das funktioniert schon mal wunderbar. Wir müssen das jetzt noch einmal, ja, im Prinzip nochmal machen und zwar für unsere Klassen Eye Background. Wir haben hier unsere Augen, diese weißen Hintergründe, dass die komplett voll werden, die haben die Klasse Eye Background und kriegen die Opacity 1. Die haben wir hier über unsere SAS oder CSS Datei einfach auch ausgeblendet. Dasselbe gilt auch für unseren Mund. Was heißt, wir haben hier zwei verschiedene, einmal Mouse Sad und Mouse Happy. Sad blenden wir aus, der ist gerade ja zu sehen mit Opacity 0 und blenden Happy ein mit 1. und das Ganze müssen wir jetzt natürlich auch einmal komplett kopieren und hier unten, wenn wir unseren Bereich verlassen, wieder komplett negieren. Was heißt, in dem Moment, wo ich jetzt hier reingehe, fängt er an zu lächeln und wenn ich rausgehe, guckt er wieder traurig. Was heißt, das funktioniert schon mal wunderbar. Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass unsere Augen und unser Emoji als solches sich mitbewegt. Hierzu brauchen wir zwei Funktionen. Einmal brauchen wir eine ganz simple Funktion und zwar, die spart uns einfach nur ein ganz bisschen Arbeit und zwar sagen wir Set Transform. Was heißt, wir wollen jetzt einfach ein Objekt, was wir der Funktion geben, wollen wir ein X und ein Y-Wert einfach per Transform vergeben. Wir sagen deswegen hier einfach, okay, unser Objekt bekommt ein Style und der Style ist Transform und Transform ist mehr oder weniger einfach Translate und Translate bekommt einfach hier Dollarzeichen geschweifte Klammer X und übergibt Pixel und hier dasselbe mit Y übergibt ebenfalls Pixel. Was heißt, diese Funktion macht nichts außer einfach Transform auf ein Objekt zu setzen, das wir der Funktion mitgeben. Das spart uns gleich einfach Arbeit, weil wir müssen das für diverse Objekte machen und deswegen lohnt es sich, das Ganze einfach schon mal auszugliedern. Das nächste, was wir machen müssen, wir müssen eine Funktion schreiben, die unser Objekt, unser Move mit unseren Augen oder unseres Emojis begrenzt. Das Ganze ist ja ein bisschen abstrakt, aber nicht wirklich schwer, sage ich mal und zwar sage ich hier MaxMovement, unsere Funktion und wir kriegen hier eine Number, was heißt, die wir einfach übergeben, unseren Value und dann sage ich Movement, was heißt, wie stark bewegt es sich, wobei das können wir auch, wir nennen das mal Border oder nennen wir es mal Trash, also für Trash Hold und sagen jetzt hier, okay, unsere Funktion bekommt zwei Werte. Einmal unseren Trash Hold, also wie weit darf es sich maximal bewegen oder nee, das sagen wir einfach Max, das ist viel besser. So, so, Max, wir nennen das jetzt Max und zwar, wie weit darf es sich maximal bewegen, wenn unser Movement da ist. Was heißt, das Erste, was wir kontrollieren, okay, wir wollen das ganze Movement erstmal konsequent kleiner machen, dass sich die Bewegung als solche schon viel langsamer abspielt. Deswegen teilen wir es einfach durch vier, das ist ein Random Wert, den ich im Vorfeld ein bisschen ausprobiert habe. Ihr könnt ihr natürlich, wenn ihr das Ganze noch langsamer machen wollt oder ja, noch langsamer machen wollt, einfach größer machen. Wir können hier auch einfach mal sechs eingeben. Das nächste ist hier einfach Max. Wir sagen jetzt also, okay, wenn unser Wert kleiner ist als Max, dann soll er einfach unseren Wert zurückgeben. Was heißt, Return und dann Minus Max. Was heißt, in dem Moment, wo es größer als Max ist, soll er im Prinzip Max zurückgeben, weil das unsere Begrenzung ist. Das kopieren wir uns jetzt einmal, zack und noch einmal, wobei das Ionen können wir weg machen, das brauchen wir gleich sowieso nochmal anders. So, und zwar haben wir jetzt das Ganze nochmal und sagen jetzt hier aber, okay, wenn das Ganze kleiner ist als Minus Max. Was heißt, wir negieren unseren Wert, weil wir auf der x-Achse irgendwann die Null überschreiten in den negativen Bereich und sagen dann, hier unten soll er uns dann den Wert zurückgeben ohne den negierten Faktor. Was heißt, so können wir jetzt schon mal bestimmen, ob unser Wert hier das Auge beispielsweise innerhalb unseres weißen Bereichs liegt. Wenn das nicht der Fall ist, sondern wir wirklich hier so Mini-Animationen haben, dann müssen wir natürlich gucken, dass wir das Ganze, also wenn der, wenn beide hier von nicht erfüllt sind, müssen wir das natürlich auch abfangen und sagen hierzu einfach, okay. Okay, wenn Movement, ich kopiere mir das jetzt mal hier, zack, wenn Movement durch 6 größer ist oder wenn Movement, dass hier oben kleiner ist, dann soll etwas passieren. Und zwar sagen wir hier Return und hier sagen wir einfach Movement, aber natürlich negiert, weil das Ganze sonst in die falsche Richtung geht. Was heißt, diese beiden Funktionen berechnen uns mehr oder weniger jetzt einfach diesen Threshold hier in der Mitte. Was heißt, wir können jetzt da hingehen und sagen, wir wollen jetzt unseren Emoji als solchen bewegen. Den wollen wir bewegen in dem Moment, wo halt wir in dem Bereich sind und deswegen können wir jetzt sagen, setTransform, also die Funktion, die wir gerade eben gebaut haben, der müssen wir jetzt hier ein paar Elemente mitgeben. Und zwar einmal sagen wir, okay, als erstes geben wir mal unseren Emoji, weil den wollen wir animieren. Das nächste, was wir haben ist, okay, wir müssen unser MaxMovement definieren. Das wird ja unsere X-Begrenzung sozusagen. Das Maximum sage ich jetzt einfach mal sind 80 und hier drin sage ich jetzt, okay, unser Emoji, nehmen wir uns jetzt ebenfalls diese Get Bounding Rectangle Funktion und sage hier Left, weil wir gerade den X-Wert übergeben und sage hier Minus Maus X. Das Ganze muss ich jetzt einmal duplizieren, hier drunter nochmal und sage jetzt hier statt Left einfach nur Top und sage statt Maus X, Y. So, wenn ich das Ganze jetzt speichere und hier drin aktualisiere, dann seht ihr, dass sich unser Emoji jetzt schon mit bewegt. Der funktioniert schon wunderbar, allerdings wenn ich ihn verlasse, bleibt der einfach da stehen, wo ich gerade bin. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen kopieren wir uns das und müssen das hier unten auch wieder rückgängig machen, sagen hier aber einfach standardmäßig, okay, wir übergeben jetzt an dich einfach 0 und nochmal 0. So haben wir jetzt im Prinzip hier unsere Funktion, das kann ich noch ein bisschen schöner machen, dass es ein bisschen besser aussieht. Zack, zack, wups, speichere das Ganze ab und in dem Moment, wo ich jetzt hier drin bin und hier rausgehe, seht ihr, der springt automatisch jetzt wieder zurück. Blub, und ich gehe hier rein und er geht raus. Das funktioniert also schon mal wunderbar. Das nächste, was wir natürlich machen können, ist, wir müssen jetzt die Augen animieren. Das funktioniert im Prinzip exakt genauso und zwar sagen wir hier das Ganze einfach zweimal, nur dass wir hier unsere Elemente natürlich anders nehmen und zwar hier oben beispielsweise Emoji Right, hier ebenfalls Right, hier Right und hier sage ich jetzt 5. Das Ganze machen wir für Left natürlich auch noch, sage hier Left, Left, Left und sage hier 5 und 5. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und hier drin bin, seht ihr, okay, unsere Augen bewegen sich jetzt. Er kann auch schielen, wenn ich jetzt hier genau zwischen den Augen lang gehe beispielsweise und ich finde es persönlich ganz witzig. Wir müssen aber hier auch, weil wir sehen jetzt, dass er ja mit den Augen im Prinzip da stehen bleibt, wo ich die verlasse, müssen wir das ebenfalls einmal hier unten negieren. Das heißt, wir kopieren uns das, fügen das hier ein, fügen das hier ein und sagen hier, weil das habe ich ja vorhin schon mal gemacht, beide auf 5, weil die müssen so ein bisschen runter sein. Das heißt, wenn ich jetzt hier reingehe, bewegen sich unsere Augen und wenn ich rausgehe, gucken sie wieder, oh, hat er das nicht übernommen, nochmal speichern. Wenn ich jetzt hier drin bin und rausgehe, dann springen sie, eigentlich müssten sie jetzt wieder normal da reinspringen, aber irgendwie machen sie es nicht. Ah, ich übergebe das an den Emoji, mein Fehler. Ich muss hier natürlich, äh, zack, und zwar Emoji Left und Emoji Right natürlich noch übergeben, sonst funktioniert das Ganze natürlich nicht. Wenn ich jetzt hier reingehe und rausgehe, dann springen die Augen wieder richtig und wir haben einen interaktiven Emoji, der uns verfolgt, der so ein bisschen mit unserer Maus und unseren Bewegungen interagiert. Man kann das Ganze natürlich noch beliebig erweitern, man könnte auch für diese Animationsfunktion, die ich jetzt sehr simpel gehalten habe, auch noch irgendwie Kurven verwenden oder so etwas. Aber ich finde es viel witziger, wenn man den Emojis noch mehr gibt, was heißt beispielsweise eine Funktion schreibt, die random einfach mal die Augen kurz ausblendet, einfach so wie so ein Blink, dass der mal kurz zwinkert oder so etwas, oder dass er einfach random mal links und rechts guckt, alle paar Sekunden, dass durch einen Random Wert vergeben wird, irgendwie so etwas. Was heißt, spielt einfach mal ein bisschen damit rum, verlinkt doch mal eure Erweiterungen unten in der Video in den Kommentaren, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten, ja, war es das für diese Woche. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch mal einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ich würde mich auch sehr über eure Emoji-Projekte freuen, wenn ihr die verlinkt. Ansonsten, ja, schaut doch mal auf Twitter, Facebook, Discord vorbei. Sagt hallo, stellt eure Fragen oder helft anderen. Ansonsten, wenn ihr diese Channel euch unterstützen wollt, findet ihr auch unten in der Videobeschreibung, wie immer, Patreon und Amazon Affiliate, wo ihr diesen Channel etwas supporten könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß.